On behalf of the political groups comes from Mr. André Hunko from Germany and he speaks on behalf of the unified European left. André, 30 seconds. Vielen Dank, Herr Präsident. Island war immer ein Leuchtturm für die Freiheit von Journalisten und auch für die Informationsfreiheit. Der Journalist Julian Assange sitzt nun über vier Jahre im Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh und wartet auf seine Auslieferung, wo ihm 175 Jahre in den USA drohen. Diese Versammlung hat immer wieder seine Freilassung gefordert, weil der Fall ein gefährlicher Präzedenzfall ist für Journalismus weltweit. Was kann der Gipfel in Reykjavik tun? Welches Signal könnte von Reykjavik hier ausgehen? Vielen Dank. Danke sehr, André. Mr. President. Vielen Dank für diese Sprache. Ja, I'll reply in English. A few months ago I had a meeting with a fellow Icelander, Kristin Hrabsson. I guess we can call him a representative of Julian Assange. Iceland is and will remain firmly committed to the protection of journalists and media freedom. On the specific case and its connection to the European Convention on Human Rights and the Council of Europe, I ask in cases before here, I would refer you to the Presidency of Iceland in the Committee of Ministers. But let me reaffirm that we are committed to the protection of journalists and media freedom. Thank you. Thank you. Vielen Dank. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you.